Ah, wir mussten sie nicht komplett besiegen, das ist gut. Wir sind hier, die Kulonek zu beheren. Wir haben nicht viele Probleme, das wir uns zu geben. Wir haben eine Rolle, die wir uns zu beheren. Aber das ist nicht das, dass wir uns zu helfen. Nein? Was wir uns zu beheren? Entschuldigung. Hey, du bist so? Oh, Katze. 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 Oh. Oh. Oh, Katze. 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 Ich habe mich zusammen mit den Kinksa-Nekken gesucht. Ich habe uns die Bühnen-Archenschaften, und die Möglichkeit zu erlangen haben, dass ich ihn zu tun hatte. Aber da sind Sie, diese Menschen sind. Das ist der Mann, der die Säge der Kirche entstand. Oh! Wenn du dich in die Welt bist, wird es vielleicht vielleicht verletzend sein. Entscht. Aber ein paar Fragen. Warum hast du das so lange anstatt? Für diesen Land der Danna-Ginne. Für die Zukunft. Für die Zukunft? Der Herr ist ein素智erischer Mann, aber es ist ein Kdo-Briga. Wenn jetzt die Körbürige der Körbürige ist, dann wird es wieder ein Körbürige sein. Wenn man das alles ist, dann wird es alles, der Körbürige ist. Ich werde es so schnell, dass ich mich für Körbürige aufbauen. Das ist der Körbürige, der Körbürige ist. Das ist das, was du? Ach ja. Also, am besten finde ich immer noch diese Katze, ne? Nur mal so zur Info. Die silberne Hand erinnert mich ja übelst an Matrix von Neo in den Spiegelrad. Ich muss ja immer noch sagen, ich habe Matrix bis jetzt noch nicht gesehen. Ich weiß Schande über mein Haupt. Und was das Zusammenzocken in FF14 angeht, können wir gerne machen. Können wir sehr gerne mal machen. Was aufs. Schön, dich wiederzusehen, Kisera. Ich hab es. Hallo, Hybrid. Danke für die 25 Bits. Klacki, du hast also die ganze Zeit mit Miguel zusammengearbeitet. Ihr kennt euch also. Wunderschönen guten Abend. Ja, den wünsche ich dir auch. Ich hoffe, es geht dir gut. Äh, ja, man könnte sagen, dass wir uns von Kindesbeinen an kennen. Obwohl ich sie nicht mehr sah, seit wir die Goldstaubkatzen. Oh, Grönissen. Was macht ihr in eurer kleinen Bande überhaupt? Genau das, was Miguel dir gesagt... Äh, Miguel, sie sagt. Wir wollen die Wahrheit über die Verschwörung aufdecken, die mir dann zu werden plagt und die... die drin verwickelt sind. Schon seltsam, wie das Leben so spät, hä? Irgendwie, ja, Frau Kio. Der war schlecht. Irgendwo gut? Aber der war schlecht. Gut und schlecht zugleich. Wir wütten stets und Miguel ist aufmerksamkeit. Und dann wurdest du erwähnt, mit ihm, äh, der Wache beizutreten. Darum habe ich dich wirklich beneidet. Aber wie sich das Blatt wendet, jetzt streitest du mit ihm auf Kriegs... äh, jetzt stehst du mit ihm auf Kriegsfuß und ich darf ihm helfen. Jeder muss irgendwann erwachsen werden, der Miguel. Okay, next try. Das wird schon noch... Wie gesagt, schlecht war er nicht, aber irgendwie... Nein. Einfach nein. Iron Khan hat diese Dinger nämlich genauso gut. Also ich denke so... Okay, der hat was, aber... Einfach nein. Vielleicht. Aber das bedeutet nicht, dass man den Menschen verraten muss, der man einst war. Du hast dich verändert, Kisara. Ich... Ich wollte von Miguel's Plan, Lordua-Lim zu ermorden, wie er floh, als der Plan scheiterte. Ich suchte ihn, um Antworten zu bekommen, aber... Er ist nie aufgekreuzt. Man würde meinen, dass man, äh, dass wenn man unschuldig ist, man auch nicht wegläuft. Aber das hat er getan, weil er ein Feigling ist. Ein Feigling, der mich und Menantia verriet. Nach allem, was er war... All dem erwartest du von mir, dass ich glaube, dass das alles nur eine Verschwörung ist, wie ich die Vergangenheit ruhen lassen soll? Kisara, beruhige dich. Ich verstehe, wie verwirrend das alles ist, wie sehr du an deinem Bruder zweifelst. Aber wir tun das alles, um genau diesen Traum zu erhalten. Bitte vertrau uns damit. Ich habe es zu stopfen. Dann habe ich den Link im Discord. Ah! Okay, gucke ich mir später nochmal an. Mit deinem Best of. Ja, sehr gut. Ich brauche halt nur noch irgendjemand, der mir das irgendwann mal zusammenschneidet. Mehr oder weniger war wieder so ein richtig typischer Montag. Nichts hat geklappt und hat scheiß viel Stress. Da bist du nicht der Einzige. Also, ich glaube, jeder von uns hat so ein Tag. Also, du bist nicht alleine. Wobei mein Tag ging. Mein Tag ging. Du hast gesehen, in welcher Verfassung Miguel ist. Er würde es nie sagen, aber ihm läuft die Zeit davon. Kannst du eure Differenz nicht beiseite räumen und mit ihm wieder als Bruder reden, wie früher? Nur dieses eine Mal. Montag, bester Tag ever. Nicht. Ja, ist halt so ein typischer Montag. Montage sind einfach der letzte Rotz. Du hast recht. Vielleicht sollte ich das. Tut mir leid, ich habe dich wirklich vollgeschwatzt, oder? Es muss viel auf einmal zu verdauen sein. Du kannst dich hier gerne erst mal ausruhen, wenn du möchtest. Ja, ich glaube, das Angebot nehme ich gerne an. Miguel. Ja. So, ich bin im Übrigen tot, immer noch. Ah, nee, ich lebe. Oh, dieses feines Nase, ey. Jetzt hast du es geschafft. Jetzt weiß ich, worauf du gespart hast. Glückwunsch, dass du es abspielen konntest jetzt. Höh, höh. So. Nein, ich habe mich immer noch nicht gehalten. Ah. So. Unser Sieg ist dann nice und evil nicht mehr gehört. Das stimmt. Das stimmt. Einmal zwei Karriere sind es auch zehn. Das war es wert. Oh, die kommen schnell wieder zusammen. Die kommen schnell wieder zusammen. Hallo, Katze. Miau. Gott, hier sind so viele Katzen. Gott, hier sind so viele Katzen. Vor allem viele. Es sind zwei Stück, aber es sind viele. Ja, wir möchten ja immer die Nacht bleiben. in den nächsten drei Jahren. Stimmt. Wobei ganz, also, drei Stunden mache ich nicht mehr. Drei Stunden werden es, glaube ich, nicht mehr. Du musst dir auch spannen, wo du eigentlich VIP für immer haben. Tja, jetzt brauchst du kein VIP für immer mehr, denn du bist weiter als VIP gekommen. Du bist Mod. Jetzt... Da hast du sogar den VIP übertroffen. Grünes VIP, genau. Grünes Zip. Grünes Zip. Grünes Zip. Du bist nicht. Sphärisch, Trügel. Du bist gut. Wenn du bist. Das ist jetzt alles gut. Danke. Du bist gut. Ich kann schreien. Du bist nicht. Du bist. Du bist. Das war's. 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 Okay, jetzt. Das war's. Das war's. das war's. das ist. Das war's. 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 Was? Okay. Okay, hier. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Okay. Das war's. Das war's.